Ackerhummeln erreichen je nach Kaste eine Körperlänge von 12 bis 18 mm. Ihr Brustkorb ist gelblich bis rötlich-braun gefärbt, ebenso die beiden letzten Segmente am Hinterleib. Die Art ist zwischen der Nordsee und den Alpen verbreitet und gehört zu den häufigsten Hummelarten in Deutschland. Als anpassungsfähiger Kulturfolger besiedelt sie eine große Anzahl verschiedenster Lebensräume. Untertitelung des ZDF für funk, 2017